Eine der schönsten Liebes-Film-Geschichten der Welt gibt's heute am Abend zum Wiedersehen im Fernsehen und Sie kennen sie alle. Julia Roberts als fliebiges Callgirl, das vom schwerreichen Junggesinn Edward in L.A. aufgegabelt und engagiert wird. Hab ich dir schon gesagt? Mein Bein ist ein Meter und zehn lang. Von der Hüfte bis zum kleinen Zeh. Also wenn man's genau nimmt, reden wir über zwei Meter und zwanzig. Sieh dich umschlingen. Eine Therapie, die du von mir für einen Abfall hast. Nausend Dollar ist glatt geschenkt. Natürlich wissen wir, wie's ausgeht, aber diesen Film kann man nicht oft genug sehen. Pretty Woman heute um 20.15 Uhr in ORF1 mit der schönen Julia Roberts und zum 75. Geburtstag von Richard Gere. Alles Gute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017